Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Hi, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Mittwoch, dem 2. Juni 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 1013. Das ist übrigens die erste von zwei Folgen, die ihr heute von mir hören werdet. Weshalb und warum, hört um 14 Uhr nochmals rein, knapp danach folgt eine kleine neue Folge hier. Heute geht es um ganz knapp Handyscanner WWDC 21 GewinnerInnen, Giga Berlin und Symphonisk sowie ein neues Video oder ein Video, sagen wir es so. Coop, der Schweizer Detailhändler, bestellt neue Handscanner. Kennt ihr das auch bei euch in Deutschland, wenn man in den Laden geht und sein Zeug selber scannt, so dass man dann, wenn man an die Kasse geht, das nicht mehr an der Kasse anstehen muss und von einer Person das Ganze durchziehen lassen muss. Wenn man es selber machen kann, schnell mit Bargeld los, in den meisten Fällen logischerweise noch. Solche Dinge gibt es bei uns schon sehr, sehr lange und da gibt es jetzt neue Bestellungen, was das anbelangt. Bestellungen wird bei der Firma, ich glaube es war Mika und die neuen Handscanner, die können auch jetzt neu mit einer Kamera umgehen. Da ist eine Kamera drin, wo man Dinge abfotografieren kann und es ist ein Mikrofon drin. Das Ganze macht es dem Nutzer sehr einfach, denn auf dem Display oder weiter ausgeholt. Man könnte seinen ganzen Einkaufszettel schon in der Coop eigenen App machen, so dass man schon vorab weiss, was man einkaufen möchte, wie viel mal ausgeben wird oder will. Und das Tolle, wenn man in den Laden kommt, wird einem direkt angezeigt, in diesem Gang musst du das, das und das holen, da musst du das holen etc. Für das braucht es natürlich Kamera, dass der Tracker weiss oder der Handscanner weiss, wo er gerade ist. Als zweites ist das Mikrofon, man könnte da auch noch die Möglichkeit haben, auf den Knopf zu drücken und dann mit einem Mitarbeiter sprechen. Ist immer dann praktisch, wenn man keinen solchen findet und das kann ja mal vorkommen, so einen Laden. Und natürlich auch in Corona-Zeiten ist so eine Fernberatung deutlich sinnvoller, als wenn man eben direkt mit einer Person spricht. Coop selber sagt, man möchte beide Funktionen gar nicht nutzen, sondern einfach die neue Technologie, den neuen Handscanner nutzen. Zeitungen wie unter anderem der Blick haben da natürlich gleich das Ding im Auge. Coop will die Kunden ausspionieren, hören, was die erzählen, währenddem sie einkaufen etc. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Ich würde mich freuen, wenn das Ganze ein bisschen smarter werden würde. Ein bisschen smarter geht es wahrscheinlich auch an der WWDC dieses Jahr. Zu und her. Und wie immer kurz vor der WWDC kürt Apple die GewinnerInnen, die an der Student Challenge teilgenommen haben. Denn früher war es ja noch so, dass man die WWDC offline besuchen konnte. Und da gab es immer einige Studenten, SchülerInnen, die eben auch die Möglichkeit hatten und von Apple eingeschifft oder eingeflogen wurden vor Ort. Das Ganze wird natürlich digital auch abgebildet. Hier wird niemand mehr eingeflogen, aber es gibt Studenten, SchülerInnen, die teilnehmen können. Und diese sind insgesamt in diesem Jahr 350 Stück. Und am Apple Newsroom hebt man aktuell drei Damen hervor, drei Mädchen, junge Mädels. Und das finde ich sehr, sehr gut. Ich meine, da kann man jetzt Apple vorwerfen, was man will, dass sie hier nur auf eben Mädel oder auch generell Minderheiten, weil sie auch verschiedene Ethnien abgebildet haben. Ich finde es generell gut, dass man hier Mädchen genommen hat, weil es braucht mehr Mädchen, mehr Frauen im Bereich der Technik, der Programmierung etc. Wer mehr über die drei erfahren möchte, kann da gerne sich einlesen. Daily.tiktok.ca oder im Podcast euer Vertrauens in den Shownotes drin zum Anklicken und Weiterlesen. Dann gibt es Neuigkeiten aus Berlin. Tesla hat ja immer noch ein Verfahren, was ausstehend ist. Elon Musk baut ja die Halle mit noch nicht vollendetem Bewilligung. Es könnte sein, dass die nicht erteilt wird. Ein grosses Punkt oder ein grosser Punkt, weshalb das Ganze immer noch hängig ist, ist der Wasserbedarf, den Elon Musk da aufwerft. Man hatte ja Angst, dass die Zahl, oder hatte lange Angst, dass die Zahl, die er aufgeworfen hat von den 1423 Millionen Kubikmetern, die jährlich benötigt werden, nur für die Autoproduktion anfällt und dann für die Batterieproduktion, was grundsätzlich deutlich mehr Wasser verschlingt, noch viel mehr oben drauf kommt. Und wenn man sich da ein bisschen umschaut, anscheinend das Brandenburger Land ist da ein bisschen geschädigt von früheren Tagebauten etc. Und somit ist das mit dem Wasser eh ein grosses Thema. Mittlerweile hat Elon Musk neue Zahlen eingereicht und oder wird das einreichen, der erfreulich ist, dass die 1423 Millionen Kubikmeter immer noch drinstehen, aber die gelten für die Autoproduktion und die Batterieproduktion. Wie passiert sowas? Zum einen, Elon Musk ist ja fleissig am Schrauben und Optimieren. Beim Autobauen wurde deutlich eingespart. Und das zweite ist, Batterien werden im Trockenverfahren gebaut. Nicht ohne Wasser, aber mit deutlich weniger Wasser. Und das zusammen ergibt diese Zahl. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es mit dem Verfahren weitergeht. Dann ist wahrscheinlich etwas zu früh online gegangen. Bei Ikea die neue Kooperationsgeschichte mit Sonos, die Symphonies, Lautsprecher die Neuen, die in Form einer Lampenschirm kommt. Einen neuen, austauschbaren Schirm und einem Picture Frame. Eine Art Bilderrahmen, der Musik macht, den man auf den Boden stellen kann, aber auch an die Wand nageln. Das habe ich irgendwo heute in meinem Postfächchen gesehen. Ist nächstens ein Event. Ich glaube Mitte dieses Monats. Genau, am 15. dieses Monats findet ein Termin statt oder ein Event statt. Und da werden die neuen Produkte vorgestellt. Ich denke mal schwer, dass das die sind, die jetzt eben aus Versehen rausgepurzelt sind. Wir werden es sehen. Ich werde natürlich dann berichten. Und ja, zu guter Letzt noch einen kleinen Hinweis. Ein Video zum Logitech Keys to Go. Wer es noch nicht gesehen hat, darf das gerne tun. Auch dazu ist ein Link in den Show Notes. Ist ein kleines, ultradünnes, sehr, sehr leichtes und praktisches Tastaturchen, das man mit einer Mac-Labelung oder auch einer Windows-Version bekommen kann und somit dann auch nutzen kann. Wer es anschauen möchte, Link wie immer in den Show Notes. Ich hoffe, ihr habt heute was mitnehmen können. Und ja, wie gesagt, schaut um circa 14 Uhr, irgendwas nach 14 Uhr nochmals vorbei. Oder wie gesagt, hört vorbei. Da kommt noch was Zweites heute online. In diesem Sinne, bis bald. Euer Poughipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.